So, du könntest mal das Fleisch einsammeln. Irgendjemand kriegt von euch. Wer kriegt von euch? Jewel. Dann können wir die nicht irgendwie an Sodeltier ranhängen oder drüberlegen? So, nicht. Aufheben. HS9 kuddelt hier schon. Ist ordentlich, so von den größten Verhältnissen. Fast so wie eine Stadt. Also wir haben hier so viele Gebäude zugegeben und keine Taverne und keine Händler und so. Aber von der Größe her passt. Ist er noch da? Ich habe das Gefühl, wenn ich das Tor jetzt aufmache, stampfen die rein. Wie ist das Tor offen? Das Tor ist nicht offen. So ist wahrscheinlich ein Grafikglitch. Genau, wenn man sich von hier guckt, ist es offen. Wenn man hier rangeht, ist es zu. Warum hauen die mein Tor ein? So, was sie nicht raus können. Können die bitte aufhören, mein Tor anzuhacken? Die steht hier rum. Aber es sind die guten, die haben kein Problem mit Hanf. Ja, dann macht das Tor mal zu. Und die sind jetzt ab sofort neue Wache von mir. Das klingt super. Also der Zuhause-Trop wird mal abgeladen. Wo ist Molly? Molly wird von Reaver getragen. Reaver, bring Molly bitte in eins der Betten. Steht gleich wieder auf. So, jetzt kannst du weiterarbeiten. So, also zu Hause ist sicher. Jagdtrupp, egal ob komplett ausgeruht oder nicht. Geht jetzt auch wieder los. Und zwar... Also wir haben keinen Grund, mal nach Plünderheim zu gehen. Oh, Khans Faust. Wir sind gerade vor einem Sechser-Trupp weggelaufen. Ich denke, da macht das nicht so viel sensiv, in der Stadt anzulegen. Wir könnten so eine heilige Farm mal angreifen. Also jetzt nicht Zivilisten, die der mir in die Nähe gehen. Also einfach nur in die Nähe gehen und gucken, ob da auch irgendwelche Milizen dann rauskommen und die dann angreifen. Oh, Blurios, dankeschön. So. Hype. Genau, Blurios. Hype, hype. Wobei ich ehrlich gesagt gerade von ein paar anderen Sachen gehypt bin. Und zwar habe ich ja heute das Starcrawlers Let's Play angefangen. Nachdem wir ja letzten Sonntag auch schon so einen Science-Fiction-Dungeon-Crawler hatten. Wurde das von mehreren Leuten erwähnt. Und da habe ich jetzt auch schon drei Folgen aufgenommen. Kommen wir nachher nach den nächsten Tagen hoch. So, da lang. Dementsprechend werde ich heute auch nicht so lange machen. Also allgemein, momentan meine Streamzeiten sind jetzt auf so zwei Stunden pro Tag runter. Das war ja am Anfang wesentlich mehr. Aber ich denke, zwei Stunden ist realistischer. Auch wegen Hinterherkommen und dergleichen. Und ich bin auch im Überlegen, ob ich vielleicht nicht mehr jeden Tag das mache. Sondern noch drei Tage die Woche plus am Wochenende oder so. Muss ich dann gucken. So. Hier ist jetzt eine heilige Farm. Und ein paar Tieren, die rot sind. Aber die werden, glaube ich, nichts machen. Mal schauen. Also, ne? Wir wollen jetzt nicht eine Farm schlachten. Wir wollen einfach nur hingehen und sowas da auslösen. Ja. So. Alle angreifen. Stirb, böshafte Roboter. Wir sind keine Roboter. Also, heilige Farm. Bewohner vier von vier. Bevölkerung 47. Anzahl umherziger Truppen vier. Das ist eine Menge. Wenn wir den jetzt aufgemischt haben, ist es vielleicht dann auch drei Truppen runter. Das müssen wir gucken. Ja, schon wieder down. Es wird weiter Alarm ausgelöst. Kommen dadurch jetzt auch andere Patrouillen noch an? Das finde ich gut. Ja, Jack Longer, Dickner und Fades sind auch down. Ja, und da kommt der zweite Trupp. Ich denke, wir kriegen jetzt wieder richtig auf die Nase. Also, alles Wiskill-Gain. Das ist aber nichts super Schlimmes dabei, ne? Also, sieht unangenehm aus, zu geben. Aber keine Todesgefahr. Ich will nicht wieder so so ein Stay-up-Fast oder Gwendel-Moment haben. Rechtes Ball minus 43, ja. Entwaffnen? Ne, wir sind noch am Kämpfen. Und wir haben nicht so wirklich viele Leute, die nicht so schreien. Also, Shry könnte jetzt im Wobei kriechen. Ne, kann sie auch nicht. Geru könnte. Aber er ist auch einer unserer besten Kämpfer. Oh, just in a moment. Bandagieren sie schon. Sind die ja sehr zuversichtlich, dass sie das gewinnen, ha? So, die Dinger sind 8600, 8600. Alles gut bei dir? Ja, ja, ja. Habt ihr gesagt, nehme ich noch die Bandagen weg. Stimmt, ja. Ich dachte, für den Eigenbedarf und nicht, damit sie sich selber nicht bandagieren. Aber macht vollkommen Sinn. Aber wir werden nicht gefangen genommen. Das ist sehr gut. Oh. Doch, Kiru wurde irgendwie eingesagt, oder? Was machen die mit, Kiru? Wollte die anderen nicht auch wieder bandagieren? Bandagieren. Das ist wie letztes Mal. Aruka wird auch mitgenommen. Das könnte daran liegen, dass wir diesmal innerhalb der Stadtgrenze waren, dass ein Alarm ausgelöst wurde. Dass wir dann auch gefangenen nehmen. Haben wir noch irgendwo jemanden? Da ist noch jemand mit Waffen. Nein, nein, nein. Das musst du unbedingt wieder aufsammeln. Wo bist du? Ah, viel. Ah, nimm, 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 nimm. Die Mondsichel. Terek, sicher die Mondsichel. Okay. Der ist schon leer. So, Pause. Minus 36, minus 36, minus 55. Pferd ist schon mal grenzwertig. Minus 60. Ja, wenn die jetzt nicht wieder so Netze in uns bandagieren, könnte das Schwierigkeiten bedeuten. So, alle mal passiv und halten, damit sie nicht immer wieder aufstehen und niedergeschlagen werden. So, Gero und Ruka werden jetzt entführt. Aber die kriegen wir schon wieder frei. Entweder befreien sie selber oder wir stürmen da rein und befreien die. Ich mache mir jetzt viel mehr Gedanken um die Leute hier. Hier, Erholungskuma, bewusstlos. Oh, geht jetzt bandagieren los. Ich sehe keine Heilung. Ah, doch da. Das ist gut, was zum Heilen. Habt ihr nicht genug Madbags? Wow. Ja gut. Dann ist aber auch verständlich, dass wir es nicht geschafft haben. Patrouille. Ja, zweite oder dritte Patrouille. Alle fit? Ja. Nur ein paar. Schwer schätzt sich auch keiner tot. Die sind alle bewusstlos, Erholungskuma oder... Dreck. Ich habe halten und passiv gesagt. Was versteht... Oh, da ist jemand niedergeschlagen. Ne, warte. Die sollten wir jetzt nicht die Madbags wegnehmen, sonst können sie uns nicht retten. Irgendwie... Er greift das gerade nicht mit dem halten und passiv. Ihr wisst schon, was ihr macht. Ich... Ich... Ich lasse das jetzt so zu Ende laufen. Auf dass die Patrouille endlich irgendwann mal weg ist. Gut. Jetzt hoffentlich keiner von den Tieren ankommen. Und irgendeiner von euch wach wird... Und anfängt zu bandagieren. Direkt zum Beispiel. Fünf Sekunden. Vier, drei, zwei... Ah, ne. Doch. Gut. So, wer hat den letzten Schlimmsten erwischt? Pause. Minus 60. Ist okay. Ist nicht toll, aber ist okay. Es ist nicht sofort tot. Minus 61, minus 61. Sind ein paar 60er dabei. Und wenn jemand, der tödlich ist. Nimm Aufgaben raus. Ach, durch die Aufgaben stehen sie auch auf, ne? Hm, stimmt, ja. Okay. Trick. Trick. Machen wir zuerst Erschlin. Okay. Alle Aufgaben aus. So eine Popel-Mini-Patrouille. Shrike und Jagdlonga sind kritisch. Oh ja, stimmt. Ist minus 80 inzwischen. Hetherick. Hetherick. Stellt sich tot. Okay, dann flitz mal. Dahin. Und Bandagier. Shrike. Shrike. Ja, das ändert schon eher an, früher, hm? An die ersten Streams. Die dürfte Aufgaben wieder anmachen. Eine Runde drehen. Uiuiuiuiuiuiuiui. Also. Plan aus dem heiligen Gebiet raus. Auf jeden Fall raus. Kannst jemanden tragen mit seinem Arm? Ja, gut, und geh jetzt noch von der Stadt da weg. Irgendwo hier hin und dann baut mal... Ich weiß, es ist nicht ideal, es ist recht nah dran am Feind und so, aber es... Das ist eine schnelle Heilung. Und so tingle wie jetzt die nach und nach von hier weg. Hier beiden, dahin, Hethrik den Wing-Wang aufheben, auch dahin. Und wir haben ja noch ein paar mehr davon jetzt, ne? Campen, Feldbett... Und sobald wir wieder einigermaßen gehen können... Bauen wir es wieder ab und gehen irgendwo in ein sicheres Gebiet und bauen die da wieder auf. So will ich jetzt noch Schlafsäcke. Eschlin hat einen Schlafsack. Über da hinten. Äh, ja, dann Terek setzt den da ab und hol den Schlafsack von Eschlin. Absetzen. So. Oh. Ja, ne, bleib. Oh, 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 oh. Ähm. Tut mal so, als wenn ich hier wäre. Vielleicht die Dinger da abnehmen. Aufheben. Absetzen. Aufheben. Eschlin hat auch noch eine Lampe. Lampe absetzen. Das da Hetheric geben. Das an Hetheric und Hetheric baut und das Dinger auf und kann es schon gleich auflegen. So. Wer noch Schlafsack? Miau, miau. Aufheben. Miau hat auch eine Lampe, weil alle eine Lampe hatten. Und dann müssen wir auch gleich gucken, wo Geru und der andere hingebracht wurden. Die bluten noch. Möchtest du denn nicht vielleicht hier das zu Ende bringen? Was mit euch? Ja, da sind ein paar angeschlagen. Hetheric, halten passiv aus. Aufgaben an. Du hast noch Bandagezeug? Ja. Mach das mal zu Ende erstmal. Na, jetzt reparierst du. Okay. Jetzt sollten die alle Stüppel sein hier hinten. Absetzen. Ja. Absetzen. Absetzen. Bin mir ganz sicher, ob die Lampen... Nein. Ich bin mir ganz sicher, ob die Lampen... Was machen die jetzt? Hey, Geru war das wieder da. Was für ein Geru. Wenigstens liegen sie jetzt auf dem Haufen. Halbwegs. Wenn keiner stirbt. Ein paar schlafen sogar. Kann irgendjemand schon wieder aufstehen hiervon? Ich glaube es ist eine Patrouille, die da immer wieder vorbeikommt. Wir können aber nicht so leicht jetzt hier weg. Das macht es ein wenig schwierig. Also ist der Plan jetzt, wir regenerieren hier immer wieder ein kleines bisschen zwischendurch, werden dann von der... Wir regenerieren immer wieder ein kleines bisschen, kriegen so nach und nach unsere... Genau. Stamina hoch. Hm. Erwischt. Und irgendwann kriegen wir die halt kaputt. Und haben am Ende ein besseres Netz. Das ist der Plan. Kein unbedingt so perfekter Plan. Aber die Alternative ist, dass wir jetzt peu à peu die Leute rausbringen. In irgendein sicheres Gebiet bringen, dann einzeln wieder runterlaufen, Leute aufheben lassen, da hinzubringen und das würde Stunden dauern. Ein, zwei bestimmt. Wobei, das hier jetzt gerade auch nicht besser wird. Mithelfen. Ja. Fick Damage. Immerhin bringen die desu auch Giru wieder vorbei. Ja, ich finde es doch super, dass die Giru einfach nur im Kreis rum tragen. Oh, das ist eine größere andere Patrouille. Also ich gehe nur im Kreis rum tragen und nicht irgendwo eine Salzmine bringen oder ähnliches. Wie wäre es mit der Alternative nochmal? Erholungskoma, Erholungskoma, Erholungskoma. Also wir könnten jetzt auch Schnellläufe von Neukullet hier rüber holen. Ja, so wirklich Schnellläufe haben wir da gar nicht. Eventuell in die Farmgebäude zurückziehen oder folgen sie dir wegen dem Alarm? Also erstmal, wenn wir Richtung Farm gehen würden, würden wir regelmäßig den Alarm auslösen. Äh, und die Farm ist noch gar nicht leer. Das heißt, wenn wir uns in die Richtung zurückziehen, dann würden uns die Tiere wahrscheinlich doch angreifen und die Bauern und, ähm, ja. Ja, wobei, in ein so ein Gebäude rein wäre vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Ich guck mal, ob Ashland einen Durchbruch machen kann. Also was dann passiert. Erstmal lockt sie jetzt den ganzen Trupp da von hinten weg, das ist vielleicht ganz gut. Nee, du bleibst mal ganz schön hier. Ja, die wollen doch nicht hinterherlaufen. Jo, danke für die Idee. Das klappt anscheinend ganz gut. Was ist jetzt aber noch... Hm... Noch komplizierter macht. Hanbu lauft mal weg. Okay, jetzt bin ich wieder geschlagen worden damit. Was macht ihr da? Die sind noch einigermaßen fit, ne? Ey! Das dürft ihr nicht. Wenn ihr fake, tun wir auch nichts. Ja, ne, okay. Ähm, ich, ich, ich muss hier weg. Das Haus klappt nicht. Also es klappt schon, aber halt nur bedingt. Wir müssten jetzt... Wir müssten jetzt aus dem Haus rauslaufen. Einzelne Leute in das Haus reinbringen. Da abladen. Und dann müssten wir alle da drin ausharren, bis wir passiv hochgeneriert haben. Und Schlafsäcke hier reinlegen können wir auch nicht. Das klingt jetzt alles nicht so wirklich super toll. Das klingt besser als sterben. Und jetzt... Ich hab die Beträge ein bisschen verprügelt. Das war jetzt ruckas rot. Blutend. Ja, aber nicht mehr als andere auch. Na gut, du... Absetzen. Das muss alles gemikromanagt werden. Du hast keine Aufgaben an, bist auf Halten, bist auf Passiv, bleibst einfach da liegen, muss nicht versorgt werden. Okay, nächster. Skinner, aufheben. Wir können nicht aufstehen, die sind im Erholungskoma und schlafen und werden trotzdem angegriffen. Da stimmt irgendwas mit der KI nicht ganz. Das ist immer noch schneller als der. Lauf kurz weg, bringe die da hinten hin und danach kannst du den einen Nahkämpfer da kurz umknüpfen. Der darf dich bloß in der Brust treffen, den kippst du nämlich auch rum und der ist der ganze Plan hier über den Haufen geschmissen. Absetzen. So, du, Aufgaben aus, Passiv da, Blut ist nicht, gut. Erschlein raus. Sehr gut. Den können wir so lassen, wie er ist. Jetzt im restlichen Trupp. Ja, ist okay. Erschlein, hol Pferd. Autsch, ja, Autsch trifft sehr gut, Seedaro. Tiere greifen die Bauern an. Nun, vorerst können wir uns da Fleisch holen. Ja. Nicht ins Haus reinkommen. Das dürft ihr nicht. Warum auch immer. Tür zu. Ja. Ja, wobei, die, die, irgendwie zählt das Haus nicht als Teil der Welt. Mein Verdacht ist ja, dass es wirklich eine andere Dimension ist. Und das ist deswegen die KI da nicht rein, Passfindet. Was jetzt ziemlich cheesy ist, aber, ey. Kenshi und so. Ruka wird wach. Guck mal, ob du den kurz so vielleicht einen guten Treffer, nein, lauf. Oh, Hanbu. Also, das ist, du läufst nicht aus eigenen Stücken, Hanbu. Ich will da jallen. Ein Original-Gruppenmitglied retten. Oh, die sind ganz schön flott gerade. Kannst du irgendwas abschmeißen? Äh, die, die Sachen können aber alle rein und wegen sie ein bisschen weniger. Und was war es dann auch schon? Muss es nur bis zur Tür schaffen? Muss es nur bis zur Tür schaffen? Nein! Oh, sie dürfen sie rein. Okay, also, sie ignorieren Häuser und den Inhalt der Häuser, außer man läuft selber rein und sie sind in der Nähe. Dann dürfen sie von ihrem KI-Setting wohl irgendwie mitkommen und dann, ja, schmeiß ich auf den Boden und rennen wieder raus. Das klingt gut. Folgen. Folgen raus. Wo ist Eschlen? Eschlen ist kauf. Das die Heels zu fünft auf meine Leute eintreten, ist... Das Thema der Woche gerade, ne? Was war das, der Trick? Der Trick steht immer wieder auf. Willst du nicht mal hier... Oh ja, du kannst weg. Bis zum Haus, nur bis zum Haus. Eschlen steht auch schon wieder. Schnell rein. Und jetzt ist keiner näher, also darf keiner folgen. Ja. Okay. Eschlen läuft schneller als Rukal. Einfach hier stehen, macht Aufgaben aus. Eschlen. Eschlen... Rot ist aber der Nächsten. Wenn du Sneak anmachst, spielt der toter Mann. Okay. Ihr alle schleichen. Dann ist der Winter wieder zu nah dran. Ja, aber dann kann sie den hier absetzen. Weglaufen. Und Ruka schnappt sich dann direkt. Teamwork. Und super viel Frisselkram gerade, um den Jagdtrupp wieder zu retten. Aber hey, habe ich selber Schuld. Ich wollte mich mit der Heiligen Nation anlegen. Und das kommt dabei raus. Und das Gehen ist gut, aber... Ja. Zwei Stunden jetzt im Kreislauf und Leichen einsammeln, das ist nicht so super prickelnd, finde ich. So, die wegschicken. Ruka absetzen. So, Tirik. Ja, Tirik, nenne ja. Du kannst so hier stehen bleiben. Ruka läuft hin und schnappt sich. Hethrik. Hast du ihn? Gleich. So, dann ruf er noch da. Ruka wird er zurück. Sehr amüsant zuzuschauen. Wenn man es nicht selber durchmachen muss, ja. So, da. Oh, nicht stehen bleiben. Nein, nein, nein. PeaceTrader hat mal Kuller erreicht. Das interessiert mich absolut nicht. Kannst du mal helfen, so ein bisschen, das in die richtige Richtung zu bringen. Oh, jetzt folgen die plötzlich nicht mehr. Gut. Ruka, Hesrik, absetzen. Hesrik, Aufgaben aus Passiv halten. Muss aber noch verwundet werden. Äh, verarztet werden. Absetzen. Komm, den packst du, oder? Dann keine Waffen. Gut. Tick mal wieder aufheben. Und zurück. Ich komme mir jetzt gerade vor wie bei Looney Tunes. Fällt nur noch, dass du um einen Stein rennst. Ja, äh, genau, genau so fühle ich mich auch gerade. Also, Looney Tunes oder Benny Hale. Je nachdem. Aufgaben aus. Erschneiden. Laufen. Also, wir haben es gleich geschafft, die Leute, die auf dem Boden liegen, einzusagen. Danach kommen noch zwei Aufgaben. Zwei Mal Hanbu retten. Dafür brauchen wir ein paar Leute, die mich schon flott... Oh, mir hat es wach. Aufheben. Äh, da brauchen wir ein paar Leute, die mich schon fitter sind. Zum Kämpfen. Und dann halt noch, äh, Geru, ne? Der anscheinend jetzt schon weiter weggetragen wird. Ja. Schauen. Ordnung. Du lauf da mal alleine rein. Du lasst Fade zurück. Warte. Äh, du kannst jetzt rein. Sobald sie drin sind, werden die aufhören zu verfolgen. Und dann werden sie mir auch folgen. Ja. Das heißt, du gehst jetzt mal wieder da hinten hin. Eschlin schmeißt. Den da weg. Du bist schleichig. Passiv. Halten. Verbunden. Und Eschlin. Holt Fade. Und Miau. Läuft nicht in die nächste Patrouille, ja? Nee, nee, nee. Nicht gegen den Baum. So, wo ist Esch? Esch hat Fade. Okay. Hier rein. Und Miau. Hier oben scheint alles ruhig zu sein, ne? Oh, da wird gekämpft. Warte mal, ist das vielleicht eine von uns? Nee, da sind irgendwelche geflohenen, geächteten. Ist egal. Es wäre halt ganz schick, wenn hier irgendwo eine Samurai-Attack-Truppe wäre oder so. Wir könnten die da rein locken, aber... So, Esch absetzen. Fade. Fade ist passiv. Alles verbundet. Eschlin wieder runter. Wer fehlt noch? Noch zwei. Verführerin, kontrolliere dich. Angriff sie. Sie. Hier wollte ich nicht lieber angreifen. Nein? Okay. Dann wieder zurück. Zu dir. Ja. Und dann werde ich gleich, wenn alle im Haus sind, auch einen Cut machen. Für heute. Und bis morgen, wenn die Zeit durchlaufen lassen, dass sie alle hochgeheilt sind. Aber es wird noch ein paar Minütchen dauern, die alle einzusacken, denke ich. Absetzen. Wenn du die Riesen holst, vergiss die Schlafsäcke nicht. Die Schlafsäcke auch noch eins. Wir können hier drin leider keine Schlafsäcke aufbauen. Weil das technisch gesehen immer noch eine Stadt ist, die bewohnt ist. Auch wenn hier kein anderer mehr drin ist, außer die Tiere. Und ja, das heißt, die Schlafsäcke sacke ich lieber ein, wenn wir alle wieder fitter sind. So, dass wir in die Kämpfe können. Miau. Oh, wir haben Ablenkung. Oh, wir haben Ablenkung, die mich angreift. Ja, aber sonst vergisst du sie ganz. Das ist ein Moment. Aber nein, nein, nein. Ich denke dran, morgen, wenn die Truppe hochgeheilt ist, dass sie hier dann die Tiere umbringt, damit sie was zu essen hat. Danach kommt sie wieder rein. Das mache ich auch mit euch zusammen. Der Plan für morgen Abend ist es dann, nachdem ich off-cam oder die geheilt habe, also auf die Zeit habe laufen lassen, Tiere umbringen für Fleisch, dann irgendwann ihr Fleisch kochen, die Schlafsäcke einsacken und dann einigermaßen zeitig versuchen, Hanbu und Geru zu befreien. Wobei, ich werde bestimmt 10 Minuten lang auf Max-Geschwindigkeit laufen lassen müssen, bis alle hochgeheilt sind. Und zu dem Zeitpunkt ist dann Geru schon, Gott weiß wo. Das müssen wir dann gucken. Hey, mir auch kein Laufen. Mir auch. Lauf selbstständig da rein. Und Ash. Obwohl die gerade hier so am Kämpfen sind. Hau da mal drauf. Wie kriegst du? Nee, kriegst du nicht. Weg, 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 weg. Ich dachte, ich könnte, wenn sie abgelenkt sind, vielleicht einmal reinschlagen und dann erwischen wir den Charakter hier mit einem guten Treffer und der lässt Hanbu fallen. Dann schnappt sich er schon Hanbu und dann wäre alles toll. Aber nein. Schließen. So, fertig. Es fehlen Hanbu, der hier von der Tür hin und her getragen wird. Und Geru, der auch unterwegs ist mit mehreren hohen Paladinen. Das heißt, irgendwelche dahergelaufenen Vagabunden werden nicht in der Lage sein, diesen Trupp hier umzuknupfen, dass er fliegen kann. Ich denke mal, wir werden in einer Salzmine oder dergleichen landen oder einfach in einer Zelle. Und da holen wir ihn raus. Und so eine kurze Ausbruchaktion sollte auch passen. Weil dafür müssen wir nicht die ganze Stadt umbringen. Wir müssen nur reinlaufen, Schlossknacken wieder rauslaufen. Das könnte besser laufen. Ja. Und damit dann erstmal Schluss für heute. Wir sehen uns morgen wieder, 20.30 Uhr. Und an dieser Stelle nochmal den Hinweis auf alles andere, was gerade so passiert. Also Call of Cazuli ist durch, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Die Playlist ist jetzt auch vorhanden. Allgemein, die Playlists sind gerade ein bisschen freaky. Seit zwei Monaten jetzt insgesamt schon. Seitdem YouTube umgestellt wurde, da sind die Videos häufig in der Playlist an der falschen Stelle oder doppelt oder dreifach drin. Ruhig, die ihr dann Bescheid sagen. Ich versuche es in einigermaßen Zeit zu machen. Ich gucke auch regelmäßig in die Playlist rein. Aber ja, es schleicht sich doch regelmäßig viele rein. Dann Starcrawler ist neu. Und ich habe für den nächsten Sonntag mehrere Letztest-Sachen schon vorbereitet. Also gibt es eventuell noch außerplanmäßig ein Letztest-Video. Muss ich mal gucken, wie ich das dann noch hinbekomme. Also ja, momentan recht viel Verschiedenes. Dafür leidet darunter ein bisschen Dwarf Fortress und Dungeon Keeper. Dungeon Master. Aber da wird auch zwischendurch immer wieder was kommen. Aber ich mache halt momentan echt mehr so, wie mir es gerade gefällt. Aber versuche dann alles noch so ein bisschen zu befüttern nach und nach. Okay, dann bis morgen. So. Okay. So.